Kingdom Come Deliverance 2 wurde enthüllt. Wir waren in Prag und konnten mit den Entwicklern sprechen. Gestern fand der Deutsche Computerspielpreis statt und wir zeigen euch die Gewinner und Larian Studios arbeitet an neuen Projekten. Moin miteinander, ich bin Paul und als ich mir gestern fürs D&D-Spielen die Pizza aus dem Ofen gezogen habe, habe ich 1W4-Feuerschaden erlitten. Aua. Die News werden euch heute präsentiert vom brandneuen Recaro R. Der Gaming-Sitz liefert vielfältige Ausstattungsoptionen und individuelle Konfiguration zum Einstiegspreis ab 399 Euro. Weitere Infos gibt's in der Videobeschreibung. Wir sagen danke für die freundliche Unterstützung und jetzt geht es weiter mit den News. Gestern Abend wurde Kingdom Come Deliverance 2 enthüllt. Und das in einem 13 Minuten langen Reveal-Trailer. Die Handlung knüpft dabei an den ersten Teil an und wieder spielen wir als der gute Heinrich. Diesmal verschlägt es uns nach Kuttenberg, von wo aus sich Heinrich auf eine wichtige Mission aufmacht. Studio Warhorse ist in den letzten Jahren massiv gewachsen. Das erste Kingdom Come Deliverance wurde von gerade mal elf Leuten entwickelt. Jetzt arbeiten ein paar mehr am zweiten Teil, nämlich 250 Personen. Teil 2 soll wesentlich umfangreicher werden. Allein die Karte ist doppelt so groß wie das erste Spiel und teilt sich in zwei Open Worlds auf. Es gibt sogar früheste Schusswaffen im Spiel. Auch das Verhandlungssystem wurde überarbeitet. Passt also auf, wobei ihr euch erwischen lasst. So, aber wozu soll ich euch hier volltexten, wenn gerade alle unsere Gamester-Kanäle aus allen Rohren Kingdom Come Deliverance 2-Content ballern? Denn meine lieben Kollegen Dimitri Halley und Maurice Weber waren schon vor ein paar Tagen zu Gast in Prag bei Warhouse Studios und konnten sich das Rollenspiel weltexklusiv aus der Nähe anschauen. Und der Dimi kann euch das viel besser erzählen als ich. Und das in der Form, die euch die Beste düngt. Entweder als ausführlicher Bericht für alle Plus-User auf GameStar.de, wo Dimitri auch Heinrich-Darsteller Tom McKay und Entwickler Prokop Jörser interviewt hat. Oder ihr schaut auf unserem YouTube-Kanal sein Video, wenn ihr eher der audiovisuelle Typ seid. Oder ihr schaut drüben bei GameStar Talk vorbei, wo Dimitri für über eine Stunde lang mit Geraldine und Fabiano noch mehr Details zu Kingdom Come 2 erzählt. Also Leute, ihr merkt, ihr habt die freie Auswahl, wie ihr bei GameStar gerne mehr über Kingdom Come Deliverance 2 erfahren wollt. Und jede Wahl ist die richtige. Und wir machen gleich weiter mit tollen Sachen, die bei uns auf GameStar.de passieren. Denn aktuell läuft auf GameStar.de unser Exklusiv-Festival. Bis zum 28. April hauen wir richtig einen raus und wollen unseren treuen Plus-Usern – das seid ihr – und jenen, die es werden wollen, zeigen, was eure Unterstützung wirklich möglich macht. Wie gesagt waren Dimmi und Maurice weltexklusiv, das muss ich nochmal betonen. In Prag und durften Kingdom Come Deliverance 2 spielen. Die wichtigsten Fakten sind in unserer Titelstory. Und mit dem Code FESTIVAL, alles großgeschrieben, bekommt ihr während des Festivals 50% Rabatt auf alle Plus-Jahrespakete. Schaut auf jeden Fall rein, es soll nicht euer Schaden sein. Gestern Abend wurde wieder der Deutsche Computerspielpreis verliehen. Nun stehen die Gewinner fest, die insgesamt ein Preisgeld von 800.000 Euro erhalten haben. In der Kategorie Spieler des Jahres hat unser hauseigener Maurice Weber gewonnen, der das Community-Voting für sich entscheiden konnte. Der Games-Redakteur und Twitch-Streamer analysiert regelmäßig aktuelle Entwicklungen in der Branche und setzt sich kritisch mit ihnen auseinander. Gleichzeitig formuliert er eine klare Haltung für mehr Diversität und gegen Extremismus in Games und der Gesellschaft, kommentiert der Game-Verband die Auszeichnung. Das in Berlin entwickelte Horrorspiel Ad Infinitum räumt gleich drei Preise ab. Der Nachwuchspreis Bestes Debüt, Bestes Audio Design und Bestes Story. Das entspricht einem Preisgeld von 140.000 Euro. Der Preis für das beste deutsche Spiel geht an Everspace 2 mit einem Preisgeld von 100.000 Euro. Das beste Familienspiel ist Spells & Secrets geworden. Der Preis für das beste Game Design geht an Loose Control. Den Preis für das beste internationale Spiel hat, wenig überraschend, Baldur's Gate 3 abgestaubt. Wir gratulieren allen Gewinnern ganz, ganz herzlich. Ihr habt es euch verdient. Auf GameStar.de findet ihr eine Übersicht über alle Gewinner und Preisgelder. Den Link findet ihr hier oben oder in der Videobeschreibung. Larian Studios ist fertig mit Baldur's Gate 3 und hat kein Interesse, ein Baldur's Gate 4 zu entwickeln. Stattdessen sind jetzt schon zwei andere Projekte beim belgischen Studio in Arbeit. Das geht aus einem aktuellen Community-Post auf Steam hervor. Zitat Die Projekte befinden sich zwar noch früh in der Entwicklung, man habe aber das gleiche Feuer wie für alle vorherigen Projekte. Außerdem verspricht Larian, dass man die Lektionen, die man aus Baldur's Gate 3 gelernt hat, auch in die kommenden Projekte weiter trägt. Sven Winkel, der rüstungtragende CEO von Larian ist schon voller Vorfreude. Unter dem Post findet sich noch ein Zitat von ihm. Ich glaube, woran wir jetzt arbeiten, wird unser bestes Werk aller Zeiten. Sven sei aufgeregt wie ein kleines Kind, wenn er sich die Projekte anschaut und würde sie am liebsten mit allen teilen. Na, das klingt ja schon mal vielversprechend. Ganz durch ist Larian mit Baldur's Gate 3 dann aber doch noch nicht. Im kommenden Patch Nummer 7 werden neue Enden für böse Charaktere hinzugefügt. Außerdem bringt Patch 7 auch offiziellen Mod-Support für das Mega-Rollenspiel. So können wir Baldur's Gate 3 dann in das merkwürdige Albtraumreich unserer Träume verwandeln. Erzählt mal, wie sieht euer Wunschspiel von Larian Studios aus? Ein drittes Divinity Original Sin? Oder was ganz Neues? Schreibt's mir in die Kommentare. Ich persönlich würde mich ja sehr über ein Sci-Fi-Rollenspiel freuen, das stelle ich mir sehr cool vor. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Abenteuer auf der Baustelle, heute mit Stargast Cities Skylines 2. Ok, das ist vielleicht etwas zynisch, spiegelt aber auch die Stimmung in der Skylines Community wider. Das scheint auch Entwicklungsstudio Colossal Order zu wissen, denn Colossal Order CEO Marina Hallikainen und Matthias Lilja, der Deputy CEO von Publisher Paradox Interactive, haben einen langen Entschuldigungs-Blogpost veröffentlicht, an dem sie vor der Community regelrecht zu Kreuze kriechen. Dort entschuldigt man sich für die Enttäuschungen der letzten Monate, die das Stadtbauspiel plagen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Assetpack Beach Properties. Das wurde von letztem Jahr auf Ende März verschoben, kam dann jedoch überhaupt nicht gut bei der Community an. Der Preis von 10 Euro sei viel zu hoch für ein paar dekorative Gebäude. Als Entschädigung erstattet Colossal Order nun allen Käufern von Beach Properties ihr Geld zurück und verwandelt es in eine kostenlose Erweiterung. Die Ultimate Edition könne man leider nicht zurückerstatten, was am Verkauf über digitale und physische Stores liegt. Als Entschädigung bekommen Ultimate Edition Käufer drei Creator-Packs und drei Radiosender dazu, die zusammen einem Wert von 40 US-Dollar entsprechen. Zukünftig wolle man das grundlegende Spiel noch wesentlich mehr verbessern und wesentlich transparenter mit der Community kommunizieren. Die bereits angekündigte Bridges- und Ports-Erweiterung, verschiebt sich damit auf 2025. Außerdem wolle man ein Meeting zusammen mit einigen Repräsentanten aus der Community abhalten, wo man gemeinsam die Pläne für die Zukunft bespricht. Dabei wird es sich hauptsächlich um Content Creator handeln. Der Konsolen-Release von Cities Skylines 2 sollte eigentlich in diesem Frühjahr stattfinden. Aktuell peile man aber einen Release im Oktober an. Sie betonen aber auch, dass sich das nochmal verschieben kann. Boah, Leute, ich will gar nicht wissen, wie die Stimmung vor Ort bei Colossal Order und Paradox ist. Ich hoffe jedenfalls, dass Cities Skylines 2 echt noch die Kurve kriegt. Unter dem ganzen Bauschutt verbirgt sich nämlich ein echt vielversprechendes Spiel. So, das wär's mit den News für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet noch was lernen. Mensch, da ist die News-Woche auch schon wieder rum. Schön war's miteinander. Macht mir immer Spaß mit euch und eure Kommentare zu lesen. Am Montag sind wir natürlich wieder mit einer neuen Ausgabe der News für euch da. Nehmt euch also ruhig ein Abo mit. Alles klar, das wär's von mir. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und sag kick mal wieder in und tschüss.